Was ist Krisen, Krieg und Abverkauf? Ich glaube, so kann man es ganz gut ausdrücken, was momentan in der Welt und am Aktienmarkt leider passiert. Hallo meine lieben Aktienfreunde, wir haben wieder eine volatile Woche hinter uns mit vielen eher traurigen Ereignissen, wie ich finde, und einem hochvolatilen Markt. Und ich möchte erstmal so ein bisschen auf die allgemeinen Ereignisse eingehen, weil wir ja extrem politische Börsen haben und ich finde auch, weil es mich jedenfalls bewegt und ich denke, es wird auch noch vielen anderen so gehen. Und dann gucken wir uns AMD an. AMD hat eine Gewinnwarnung veröffentlicht und dann schauen wir mal, was man damit machen kann. Wir hatten ja vor kurzem ein Earnings-Update, das war Anfang September geschrieben gehabt, zu AMD und da war schon das Renditepotenzial relativ hoch. Jetzt müssen wir mal gucken, was aus dem Renditepotenzial nach der Gewinnwarnung geworden ist und wie wir als langfristige Investoren damit umgehen. Mein Name ist Thorsten Dieter, geht es ums langfristige Investieren. Aber mir ist schon klar und es ging auch aus eurer Meldung hervor, ihr wollt wissen, ist AMD jetzt ein Kauf? Schauen wir uns an und gucken wir mal, wie wir damit umgehen, weil die Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten, weil wir hier eben eine extrem hohe Unsicherheit haben, wie man auch in der Gewinnwarnung gesehen hat. Jetzt aber erstmal zur allgemeinen Lage. Das Ganze ist schon relativ zynisch, so nehme ich es jedenfalls wahr, was hier in der Welt so passiert. Das Erste ist, wir haben leider nicht genügend Arbeitslose in den USA und deshalb ist der Aktienmarkt dann wieder gefallen. Wir haben hier irgendwo Trading View, das ist AMD, ich gebe euch aber erstmal hier den S&P 500 und da seht ihr, was der gemacht hat. Der sprang jetzt die letzte Woche erstmal kräftig nach oben und dann kam der kräftige Abverkauf und am Ende ist er im Prinzip zeitwärts gelaufen. Aber wie gesagt, extrem volatil und diese Volatilität sehen wir auch im Anleihemarkt beispielsweise. Hier ist die 10-Jährige, die ich mal im letzten Livestream hatte, ausgegeben im Jahr 2020 mit mickrigen Zinsen, deshalb extreme Kursverluste. So viel nochmal zu US-Stats und Online sind sicher. Sind natürlich nicht sicher, weil wir haben auch hier extreme Kursverluste, nur wenn ihr die 10 Jahre halten würdet, dann hättet ihr nominal euer Geld zurück. Aber dann hättet ihr ja auch real Kaufkraft, extrem hohe Kursverluste erlebt, weil diese Kursverluste spiegeln ja nur die hohen Zinsen wieder. Und die hohen Zinsen spiegeln die hohe Inflation wieder und die hohe Inflation ist nichts anderes wie euer realer Kaufkraftverlust. Also US-Staatsanleihen sind auch keine risikofreie Alternative und da seht ihr hier, die haben dann auch 0,7% verloren. Aber zuerst sind sie mal kräftig hochgegangen, sind so 1,3% hoch und dann haben sie 0,7% verloren. Innerhalb einer Woche haben die quasi eine Bandbreite gehabt in der Kursentwicklung von 2% für eine US-Staatsanleihe. Ist auch nicht schlecht für so einen Langläufer. Also man sieht, wie hochgradig, wo der Tildermarkt ist. Ich könnte jetzt auch noch Euro, US-Dollar einblenden. Da sieht man genau dasselbe. Das springt da hoch und runter. Das Ganze ist schon verrückt. Und der Grund jetzt war eben, man hat am Anfang gedacht gehabt, ja, die US-Notenbank will die Zinsen doch nicht so stark erhöhen vielleicht. Dann erstmal tief durchatmen beim US-Aktienmarkt. Das ist das hier. Und bei den Anleihen dann dasselbe. Das heißt, tief durchatmen, die Zinsen gehen nicht so hoch. Das heißt, die Kursverluste wurden dann wieder ein bisschen ausgeglichen. Und dann hat man aber wieder gesehen, oh nein, wir haben hier gute Jobdaten. Es werden immer noch Arbeitsplätze geschaffen. Die Arbeitslosigkeit fällt. Das heißt, der Inflationsdruck über die Gehälter bleibt erhalten. Das heißt, die US-Notenbank wird doch die Zinsen weiter aggressiv erhöhen. Dann haben wir das hier gesehen. Und dann haben wir auch das hier gesehen, dass die US-Anleihen dann plötzlich wieder an Wert gewinnen. Weil die 0,65% Zinsen dann wieder in Anführungszeichen weniger nicht attraktiv sind, sodass man dann hier weniger mit der Rendite, also wie soll ich es jetzt sagen, weniger, dass man bereit ist, die Anleihe mit weniger Kursabschlägen zu kaufen. So, ihr habt es, glaube ich, mit verstanden, was ich sagen wollte. Naja, aber damit bin ich ja nämlich am Ende angekommen, was so die ein bisschen so Zynismus auch irgendwo angeht. Interessant fand ich die Aussage von Zelensky hier, dass es einen nuklearen Präventivschlag bedarf gegen Russland. Und das ist hier, das hat er hier gesagt, ich habe es extra nochmal übersetzt, weil teilweise dann heißt es, nein, man hat ihn falsch zitiert. Er hat gesagt, hier ist das Zitat, wenn es denn stimmt, was die indische News-Seite gesagt hat, ist ja auch schon irgendwo, spricht auch schon irgendwo für sich, dass ich auf der Suche nach dem Zitat auf eine indische Nachrichtenseite gehen musste, weil ich das jedenfalls nach kurzer Google-Suche in deutschen Medien nicht gefunden habe. Ich weiß auch gar nicht, ob das, ich würde auch vermuten, dass es in öffentlichen, rechtlichen gar keine Erwähnung wert war. Er sagt, wir brauchen Präventivschläge, damit sie wissen, was mit ihnen passiert. Da gemeint sind natürlich die Russen, wenn sie Atomwaffen einsetzen und nicht andersherum, wann Antwort auf einen australischen Reporter bei irgendeinem Livestream. Ja, und der Mann, der quasi den Dritten Weltkrieg einfordert, dass er jetzt noch mit dem Friedensnobelpreis belohnt werden, das meine ich auch so ein bisschen mit Zynismus, das ist jetzt schon ein bisschen älter als der 31. März 2022, aber nichtsdestotrotz hat bis heute Gültigkeit hier für Zylensky und das ukrainische Volk. Naja, und dann, last but not least, ist die Krimbrücke vorläufig mal gesprengt worden. Ich glaube, die kann man noch reparieren im Gegensatz zu Nord Stream 1 und 2. Und dann kann man sich schon mal freuen, was die nächste Woche bringt in der Eskalationsspirale. Ein Attentat auf Putin vielleicht oder ein Atomkraftwerk in der Ukraine, das zufällig in die Luft geht. Man weiß es nicht, aber es ist halt eine extrem hohe Unsicherheit da, die ich denke, keinen von uns kalt lassen sollte. Jetzt gehen wir aber mal zu AMD, gucken, was ist bei AMD passiert. Hier ist die Gewinnwarnung, also die Aktie ist eingebrochen um fast 14%. Vielleicht verzichte ich jetzt mal auf Tradingview.com, sehen wir nach dem Aktienfinder, wo der aktuelle Kurs steht. Und anstatt 6,7 Millionen, wenn ich es richtig aufgeschrieben habe, müssten es jetzt 5,6 Millionen nur sein, Umsatzquartal auf Quartal. Genau, anstatt 6,7, 5,6 und das entspricht einem Rückgang von 16,5%. Und das kam wohl völlig überraschend, denn wir haben in unserem Investor-Update hier auf unserem Blog beim Premium Research ja noch hier, so blickt das Management in die Zukunft. Da haben wir hier geschrieben, es wird ein Umsatz von 6,7 Milliarden US-Dollar für das nächste Quartal erwartet. Das war auch für uns schon ein sportlicher Umsatz, haben wir hier auch entsprechend so geschrieben. Aber das Management von AMD ist nicht dafür bekannt, dass sie zu hoch stapeln, dass sie einen schlechten Job machen. Im Gegenteil, die haben einen sehr guten Job gemacht. Und das heißt jetzt innerhalb von zwei Monaten faktisch hat sich die Erwartung extrem eingetrübt. Und das zeigt, wie schnell jetzt in einigen Teilbereichen, auch in der Wirtschaft, es nach unten geht. Das ist auf der einen Seite nicht überraschend, weil Unterhaltungselektronik, da hat auch schon beispielsweise Samsung oder Microelectronics schon vor Monaten Gewinnwarnungen gegeben. Aber AMD hat gedacht, ganz offensichtlich, sie kommen noch drüber hinweg. Haben wir jetzt aber auch gesehen. Ne, uns hat es auch erwischt. Es hat AMD erwischt im Client-Bereich. Sie berichten ein bisschen anders, aber wir nennen es jetzt, wir haben es hier trotzdem Segmente genommen. Im Client-Segment, da geht es um Notebooks und Desktops, um die Präzessoren. Das ist das umsatzstärkste Segment, auch wenn es das schwächste Wachstum hat. Und da in erster Linie waren die Rückgänge zu verzeichnen, aber auch im Gaming-Segment, wo es um Grafikkarten geht. Weil es wurde auch Abschreibung gemacht in Höhe von 160 Millionen US-Dollar. Und das auch hier bei Grafikkarten. Also das ist auch von betroffen. Ist auch irgendwo nicht ganz irgendwo naheliegend, weil in den meisten Laptops ist ja, oder in allen Laptops wird ja sowohl verbaut ein Prozessor als auch eine Grafikkarte. Und wenn jetzt eben die Umsätze bei den Laptops nach unten gehen, könnt ihr euch gerne durchlesen. Da wurde es hier auch so erklärt, da muss es auch mit den Grafikkarten nach unten gehen. Ja, AMD ist allgemein aber, und das ist für uns als langfristige Investoren ja auch wichtig. Ich weiß, ihr wollt wissen, ob die Aktie jetzt heute, heute genau jetzt in Kauf ist. Aber auf der anderen Seite fühlt ihr euch auch angesprochen, wenn ich sage, es geht ums langfristige Investieren. Deshalb ist es auch wichtig, einfach zu sehen, dass AMD hier mehrere Geschäftsfelder hat, auch wenn sie nur in zwei Segmenten berichten. Und vor allem das Segment hier, das Segment Enterprise Embedded in Semi-Custom, das ist noch nicht bei der Gewinnwarnung davon betroffen. Und hier sind auch hohe Umsätze zu erwarten, die auch strategisch sinnvoll sind. Ich kann nicht das ganze Earnings-Update wiedergeben hier, sonst wird das Ganze zu lang. Was ich sagen will, ist, AMD ist gut diversifiziert und haben sich über die Übernahmen auch erstmal strategisch neu positioniert, um im Bereich Rechenzentren und Embedded auch nochmal kräftig zuzulegen und auch die anderen Segmente über eine verstärkte Interoperabilität, so heißt das Wort, zu stärken. Die Ausrichtung ist sehr gut, nur haben sie momentan starken Gegenwind. Und ich möchte an der Stelle nur auf eine Geschichte noch hinweisen, wo ich ein Risiko sehe, von dem ich nicht hoffe, dass es eintritt. Und zwar, wenn ihr hier im Qualitätscheck hingeht, da seht ihr, dass wir einen extrem hohen Goodwill plötzlich haben. Eine extrem starke Bilanz, wie wir das Investor-Update erwähnt hatten, Übernahme von Xillings zu tun für über 50 Milliarden über eigene Aktien. Das ist jetzt ein ganz hoher Goodwill hier drin. Da werden sich die wahrscheinlich auch ärgern, die jetzt die AMD-Aktien gekauft haben, aber das ist ja nicht unser Problem. Ganz starker Goodwill drin. Wir müssen jetzt auch hoffen, dass die abflauende Nachfrage nicht auch auf den Bereich Embedded und Datacenter überspringt. Ansonsten könnten wir hier nochmal eine richtige Heroes-Botschaft kriegen mit starken Abschreibungen, was dann auch nochmal sicherlich den Aktionären die Lust auf die Aktie vergrälen würde und dann entsprechend zu Kursverlusten führen könnte. Also das ist definitiv jetzt ein großes Risiko in der Bilanz bei AMD, wäre dann aber eine nicht geldwirksame Abschreibung. Und dann würde es hier sozusagen, wir zeigen ja hier seit kurzem auch den bereinigten Gewinn an, würde der bilanzierte Gewinn so richtig nach unten gehen, würde man bei AMD vielleicht sogar Verluste sehen und würde dann sehen, dass der bereinigte Gewinn hier immer noch schön smooth quasi im positiven Bereich läuft. Wir bewerten die Aktie und damit kommen wir jetzt auch zur Aktienbewertung, die ja relativ schwer sein wird. Und da haben wir ja auch schon im Earnings-Update, wo haben wir es? Hier im Earnings-Update haben wir dann auch schon damals den bereinigten Gewinn genommen. Das sah so aus. Da sind wir schon nach unten gegangen mit der Bewertung. Da haben wir also nicht die historische Bewertung genommen von AMD, wo der Schnitt viel höher war. Das können wir ja gleich sehen, wo der liegt. Sondern wir sind schon auf 21 runtergegangen zum Markt. Haben einfach quasi als Wirkerauen für die hohe Unsicherheit, die bereits niedrige KGV genommen und gesagt haben, der Markt hat hier schon viel eingepreist. Und wir nehmen einfach das und gucken dann, was dann als Renditeerwartung rauskommt. Wenn ihr jetzt das vergleicht, hier den damaligen Chart und Kursverlauf mit dem aktuellen, dann werdet ihr sehen, dass hier der Aktienkurs nochmal richtig nach unten gegangen ist. Vorher waren es bei um die 80 und jetzt kostet die Aktie unter 60 US-Dollar. Also nochmal ordentlich nach unten gegangen. Jetzt ist die Meldung hier, jetzt muss ich noch auf ein Problem aufmerksam machen, was die Wirwertung zusätzlich erschwert, außer der hohen Unsicherheit, die wir haben, wirtschaftlich und dann Klammer auf Abschreibung, Klammer zu unter anderem. Die Meldung ist am Donnerstag rausgegangen, Donnerstagabend. Und die Börse hat dann quasi einen Tag Zeit gehabt, um darauf zu reagieren. Das ist jetzt hier AMD und das ist jetzt hier der Freitag. Und dann halt dann hier die entsprechenden Kursverluste. Also die Börse hat natürlich sofort darauf reagiert. Nein, das ist immer noch der S&P 500. Ich hätte gerne AMD. Hier, sieht so ähnlich aus. Hier, aber die Kursverluste deutlich höher. Hier, um die 14 Prozent, hat dann die Aktie nachgegeben. Der Markt hat also jetzt quasi schon mal hier das verarbeitet und es ist immer negativer geworden. Mit dem Gesamtmarkt auch. Die Analysten hatten noch nicht Zeit gehabt, jetzt das zu verarbeiten. Nicht innerhalb eines Tages. Das heißt, im Aktienfinder zeigen wir täglich aktualisiert das Aktuellste an, was von den Analysten her zur Verfügung steht. Aber die Schätzungen an sich sind noch zu positiv. Ich habe mal geschaut gehabt, hier bei den Umsätzen etc. Ja, da sind die Umsätze schon nach unten gegangen. Ich habe da auch bei AMD in der Facted Workstation geschaut. Und da sind auch von 6,7 Milliarden, sind es nur noch 6,1 Milliarden geworden. Aber das Management spricht ja von 5,6. Also ist noch nicht genügend gesenkt worden. Warum sage ich das? Das heißt, die Prognosen, die ihr hier seht, sind noch zu positiv. Das ist immer das Problem, wenn eine Gewinnwarnung kommt oder wenn es neue Zahlen gibt, die stark negativ ausgefallen sind oder auch stark positiv. Die Analysten brauchen einfach ein paar Tage Zeit, um das Ganze anzupassen. Und ihr seht hier, um das Ganze mal noch konkreter zu machen, wir haben hier 37, 36, 37 Analysten, die das laufende das nächste Geschäftsjahr schätzen. Die sind jetzt nicht alle hingegangen am Freitag und haben neue Reports rausgehauen. Das heißt, da braucht man, es dauert einfach ein bisschen Zeit. Da muss man dann eben entsprechend das Ganze versuchen, irgendwie selbst einzuordnen. Wenn man den Anspruch hat, die Aktie jetzt, genau jetzt, heute bewerten zu wollen, was natürlich euer Anspruch ist, das ist mir ja klar. Wenn man jetzt die Aktie bewerten möchte, muss man das quasi im Hinterkopf haben. Der Markt hat auf der anderen Seite schon reagiert. Wir haben momentan ein KGV von nur noch 15,3 auf das laufende, auf hier das letzte Geschäftsjahr. Das ist darauf basierend. Wenn wir jetzt aber dann natürlich hier einen kleinen Einbruch erleben werden, dann wird das KGV sich erhöhen. Ja, wie bewertet man jetzt so eine Aktie? Ich denke, es ist eine hohe Unsicherheit. Und ihr müsst im Prinzip wissen, ob euch die Aktie langfristig ins Depot legen wollt oder nicht. Ansonsten seid ihr vielleicht mit Charttechnik besser aufgehoben, wobei euch Charttechnik in so einem Fall auch nichts bringt. Das ist ganz ehrlich zu sagen. Die Aktie ist günstig bewertet. Man kann, wenn man hier auf 15,3 macht, das Spiel fortsetzen, was wir hier beim Investor-Update gemacht haben, wo wir der hohen Unsicherheit Rechnung getragen haben und gesagt haben, okay, der Markt überreagiert zwar auch, aber wir nehmen jetzt den Markt als Benchmark und gehen dann von einem 21er KGV des Marktes aus, dass der Markt auch in Zukunft die Aktie erst einmal so bewerten wird und berechnet darauf den Fernwert. Das ist ein vorsichtiger Ansatz. Da war jetzt ja offensichtlich nicht vorsichtig genug aufgrund dieser Gewinnwarnung, aber das weiß man natürlich im Voraus nicht. Man könnte jetzt wieder hier auf 15,3 sogar runtergehen und sagen, okay, die Aussichten haben sich nochmal verdüstert und wir werden jetzt mit diesen verdüsterten Aussichten rechnen. Dann haben wir hier immer noch ein Renditepotenzial von 10,1%, was aber jetzt gar nicht so hoch ist tatsächlich, auf das nächste Geschäftsjahr, jährliches Renditepotenzial. Jetzt höre ich natürlich den einen oder anderen sagen, das stimmt ja hier aber gar nicht. Die Gewinne sind ja niedriger. Das heißt, da ist dann auch der faire Wert niedriger. Da würde ich auf der einen Seite sagen, und dann hätte ich ja nicht dieses Renditepotenzial von 10,1%, kann man dann auch sagen, ja, auf der einen Seite ja, das ist richtig. Auf der anderen Seite habe ich ja den Fernwert bereits extrem stark gesenkt auf 15,3%. Ich habe quasi das negative Sentiment des Marktes bereits eingepreist, sodass es dann doch wieder stimmen könnte. Also ihr seht, die Unsicherheit ist extrem hoch. Mein Fazit deshalb an der Stelle, wenn ihr Spekulanten seid und einfach nur wissen wollt, ist die AMD-Aktie jetzt gerade günstig bewertet und ist ein Schnäppchen und in der nächsten Woche habe ich dann 30, 40% Kursgewinne, halle die Finger davon, weil der Markt ist einfach unberechenbar. Kann sein, dass die, ich klar, gut, kann sein, dass die Aktie in Kürze wieder stark steigt, auch mit dem Gesamtmarkt. Kann sein, dass sie noch weiter fällt. Deshalb, wir sind hier für langfristige Investoren da. Und ich halte AMD für sehr gut aufgestellt. Besser aufgestellt beispielsweise als Nvidia. Ja, ich sehe Risiken, auch insbesondere von Abschreibungen beispielsweise, aufgrund der getätigten Übernahmen. Aber es ist meines Erachtens immer noch sehr fähiges Management, auch wenn sie jetzt mal stark verschätzt haben. Und ich kann Ihnen ja schon gut vorstellen, die AMD-Aktie, keine Kaufen, keine Verkaufsempfehlung an der Stelle. Wenn sie in dein Depot passt und wenn sie in deine Anlagestrategie passt, vielleicht sich die jetzt tranchenweise zuzulegen oder gegebenenfalls sogar nachzukaufen. Weil ich denke, da ist jetzt schon so viel Negatives drin. Wir sind jetzt momentan bei einem Aktienkurs hier bei unter 60 US-Dollar. Den hatten wir schon ungefähr im Jahr 2020 vor dem Corona-Crash. Und damals hatten wir einen bereinigten Gewinn von 64 US-Cent. Und jetzt der letzte bereinigte Gewinn lag bei 3,83. Also damals war das KGV bei 53 und jetzt ist das KGV auf die letzten vier Quartale liegt es bei 15,3. Und wir haben nach wie vor tatsächlich, wenn die Wirtschaft dann mal wieder hochgehen sollte, weiterhin Wachstumspotenzial, was ich da sehe, in dem Bereich, den AMD abdeckt. Insofern bin ich langfristig immer noch positiv. Ja, gut. Das war dann das Video. Das war meine Meinung zum Zeitgeschehen, das ja leider momentan auch wirklich Anlass zur Sorge gibt. Und meine Meinung zu AMD. Also kurzfristig als Spekulant würde ich die Finger davon lassen. Für Chart-Technik fühle ich mich nicht verantwortlich. Und langfristig bin ich für AMD positiv gestimmt. Und dann kann ich noch sagen, abschließend, wir werden auch wieder ein Investor- beziehungsweise ein Earnings-Update dann veröffentlichen, sobald die Zahlen von AMD draußen sind. Dann ein Gruß aus Thailand, Phuket. Und danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Schöne Woche wünsche ich euch. Ciao. Tschau. Bis zum nächsten Mal.